Sprichst du auch oft über jemanden oder über ein bestimmtes Thema oder über eine bestimmte Gegebenheit? Dieses Wort über im über jemanden sprechen ist tückisch, denn mit diesem über besteht die Gefahr, dass du dich über den anderen stellst, dass du eben über ihn sprichst. Besser ist es, wenn wir von jemandem sprechen. Dieses von ist gleichwertiger als über. Wir stellen uns dann auf die gleiche Ebene mit der Person oder der Gegebenheit, von der wir sprechen. Noch besser ist es natürlich, wenn wir direkt mit jemandem sprechen. Nur das ist nicht immer möglich. Also sprich von oder mit jemandem und lass es besser sein, über jemanden zu sprechen.